Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Knoblochs Welt entdecken. Richtig, jeder Unternehmer wünscht sich diesen engagierten, eigenverantwortlich handelnden Mitarbeiter. Die Frage ist ja nur, wie komme ich zu diesem Mitarbeiter? Lange Jahre hat sich die Wissenschaft gestritten und es gab im Kern zwei Modelle. Das erste, die immaterielle Beteiligung, das zweite, die materielle Beteiligung. Immateriell soll heißen, es geht um Lob, um Anerkennung, um Freiräume schaffen, um Verantwortung übertragen. Materiell, da geht es einfach um Geld. Frei nach dem Motto, Geld regiert die Welt. Friedrich Herzberg redet vom sogenannten Hygiene-Faktor. Es geht also einfach darum, dass Geld stimmen muss und dann hat es darüber hinaus keine große motivatorische Wirkung. Das Institut für Mittelstandsforschung hat Versuche gemacht und zwar erfolgreiche Mittelständler verglichen mit einer ganz normalen Vergleichsgruppe und Erfolg heißt regelmäßige Mitarbeiterbesprechungen, also genau diese weichen Faktoren, heißt mehr Qualitätszirkel, heißt mehr eigenverantwortliche Teams, aber interessanterweise halb so viel Betriebsräte. Wir bei Tempus haben ein Modell, das nennt sich 33 Rosen. Soll heißen, jede Rose ist ein Schritt hin zum Mitarbeiter. Rose Nummer eins, tagesgenaue Information im Bereich Umsatz, Gewinn und so weiter. Rose Nummer zwei, ausgeprägtes Verbesserungs- und Vorschlagswesen. Also jeder Mitarbeiter macht bei uns Größenordnung 12 bis 13 Verbesserungsvorschläge pro Mitarbeiter pro Jahr. Rose Nummer drei, nicht nur Chefs beurteilen ihre Mitarbeiter und das ist eine besonders schöne Rose. Nein, Mitarbeiter beurteilen ihre Chefs. Rose Nummer vier, jeder Mitarbeiter bestimmt sein Gehalt selbst und das heißt, am Ende haben doch etwa 90 Prozent der Mitarbeiter ihr Gehalt, ihr Wunschgehalt. Rose Nummer fünf, Fitness im nahegelegenen Fitnesscenter. Rose Nummer sechs, sieben, acht, neun, insgesamt 33 Rosen und wenn Sie das interessiert, wir bieten Ihnen dies gerne kostenlos und als Download an. Egal für welches Mitarbeiter Modell Sie sich entscheiden, diese Modelle sind ähnlich aufgebaut. Sie beginnen mit der Stufe eins und da geht es erst einmal um Mitwissen. Mitwissen soll heißen, ein Open Book Management, alles offenlegen. Aus mit Wissen wird mit Denken. Plötzlich denken Mitarbeiter an Dinge, die Sie vorher nie denken konnten, weil Sie ja nicht die Information haben. Aus mit Denken wird mit Lernen, die Lernen der Organisation. Aus mit Lernen wird mit Verantworten. Und jetzt haben Sie doch genau diesen engagierten, verantwortungsvoll handelnden Mitarbeiter. Mit Genießen, mit Besitzen. Am Ende steht das Thema Werte, denn das lässt den Mitarbeitern Wurzeln schlagen. Und Ihr Thema ist ja nicht nur motivieren, sondern Ihr Thema ist sie auch binden. Bei uns sind es christlich motivierte Werte. Es sind Werte, die Menschen wissen lassen, ja, hier bin ich geschätzt und hier möchte ich auch mal meinen Ruhestand erleben. Das war's für dieses Mal. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in einem Monat.